Dann seien Sie dabei, wenn Sebastian die Klassiker der Weltliteratur in ihren Lieblingsalltagssituationen liest. Dostoevsky beim Kochen. In allen anderen Räumen herrschte der gewöhnliche Gasthauslärm. Die Rufe nach den Kellnern, das Aufkorken der Bierflaschen. Dantes Inferno beim Staubsaugen. Nun gilt das neue Pein, die Verskunst meißelt und Inhalt wird zum 20. Gesange des ersten... Oder der Klassiker, der Graf von Monte Cristo, gelesen unter der Dusche. Also nach der Insel Elber, wo ich am folgenden Tage ankam, ich konsignierte alle Mann an Bord und stieg allein an. Erleben Sie die Klassiker der Literatur in einem neuen Gewand. Bald auf diesem Kanal.